Häufige Probleme mit dem Samsung Galaxy J8 und wie man sie behebt. Hallo liebe Freunde, wie geht es euch? Ich hoffe es geht euch gut und ihr seid bei guter Gesundheit. Heute habe ich ein neues und wichtiges Video mit euch, welches die häufigsten Probleme beim Samsung Galaxy J8 sind und wie man sie behebt. Ich hoffe, es gefällt dir, aber bevor du es dir ansiehst, abonniere den Kanal, um alles Neue und Nützliche zu erhalten, und jetzt lass uns der Erklärung folgen. Netzwerkprobleme im Samsung Galaxy J8 Lösung Überprüfen Sie, ob für Ihr Gerät ein Software-Update verfügbar ist. Wenn verfügbar, aktualisieren Sie es. Schalten Sie Ihr Gerät aus. Entfernen Sie die SIM-Karte aus dem Samsung Galaxy J8 und legen Sie die SIM-Karte erneut ein. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld. Schalten Sie den Flugmodus für einige Sekunden ein und wieder aus. Gehen Sie zu SIM und Netzwerk-Zugangspunkt Namen Netzwerkeinstellungen auf Standard zurücksetzen. Es können Netzwerkprobleme auftreten, wenn Sie den Bootloader entsperren, ein benutzerdefiniertes Roam installieren oder wiederherstellen. Stellen Sie sicher, dass Roaming-Dienste in den Netzwerkeinstellungen aktiviert sind. Rufen Sie Ihren Netzbetreiber an und fragen Sie ihn, ob das Problem bei ihm liegt. Nachdem Sie die oben genannten Korrekturen angewendet haben, müssen Sie Ihr Samsung Galaxy J8 Smartphone neu starten. Samsung Galaxy J8 Verzögerungsproblem Haben Sie das Gefühl, dass die Smartphone-Oberfläche langsam und träger ist? Wenn ja, hier ist die Lösung für Ihr Gerät. Dieses Problem mit Smartphones betrifft fast jeden und ist heute das häufigste Problem bei allen Geräten. Dies kann jedoch auch bei neueren Telefonen passieren, da wir dazu neigen, den Arbeitsspeicher neuerer Modelle mit Apps oder Dateien zu füllen, die wir eigentlich nicht mehr benötigen. Lösung Überprüfen Sie, ob die Temperatur Ihres Samsung Galaxy J8 hoch ist. Manchmal funktionierten aufgrund von Überhitzung verschiedene Funktionen des Geräts nicht mehr. Haben Sie mehrere Tabs in Ihrem Browser geöffnet? Wenn ja, schließen Sie es. Das Öffnen vieler Registerkarten erhöht die RAM-Nutzung auf Ihrem Telefon. Damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie etwas internen Speicherplatz auf Ihrem Telefon belassen. Entfernen Sie unerwünschte Apps von Geräten wie Antivirus-Apps und Junk-File-Cleaner-Apps. Haben Sie kürzlich eine App installiert und haben ein langsames Problem? Wenn ja, dann deinstallieren Sie diese App, danach begann das Problem. Wenn Sie eine Micro-SD-Karte in Ihr Telefon eingelegt haben, stellen Sie sicher, dass Sie Micro-SD-Karten der Klasse 10 verwenden. Sie sind schneller als normale Karten. Aktualisieren Sie Ihre Telefon-Software auf die neueste Version, sofern verfügbar. Haben Sie Probleme mit wenig Speicherplatz? Ja, verwenden Sie die Lite-Version der Apps wie Facebook Lite, Messenger Lite, Twitter Lite, YouTube Go und so weiter. Öffnen Sie den Play Store und aktualisieren Sie alle Ihre Apps, wenn Updates verfügbar sind. Verwenden Sie einen Drittanbieter? Deinstallieren Sie es sofort. Meistens verlangsamt die Verwendung verschiedener Launcher-Apps das Gerät. Deinstallieren Sie außerdem alle auf Ihrem Telefon installierten Icon-Packs oder Font-Packs von Drittanbietern. Löschen Sie den Cache und die Junk-Dateien von Ihrem Gerät, und das Problem sollte behoben sein. Es muss ein Hardware-Problem vorliegen, wenn auf Ihrem Samsung Galaxy J8 immer noch Verzögerungsprobleme auftreten. Bluetooth funktioniert nicht auf dem Samsung Galaxy J8. Probleme mit der Bluetooth-Kopplung und Verbindung können lästig sein. Ihr Telefon kann möglicherweise keine Verbindung zu Ihrem Auto herstellen oder es wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn Sie versuchen, die Lautsprecher zu koppeln. Lösung Versuchen Sie, das Bluetooth mit einem stabilen Zustand zu verbinden. Halten Sie Ihr Telefon von Taschen oder kompakten Umgebungen fern. Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät ordnungsgemäß mit Ihrem Samsung Galaxy J8 gekoppelt ist. Eine falsche Paarung verursacht oft das Problem. Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Sichtbarkeit Ihres Geräts ausgeblendet ist. Senden Sie viele Dateien gleichzeitig über Bluetooth. Denken Sie daran, dass Bluetooth kleine Dateien senden kann, keine großen Dateien. Wenn Sie den Energiesparmodus und den abgesicherten Modus aktiviert haben, deaktivieren Sie ihn. Starten Sie Ihr Telefon neu und versuchen Sie dann erneut, eine Bluetooth-Verbindung herzustellen. Wenn Bluetooth-Geräte nicht nahe genug beieinander stehen, führt dies zu eingeschränkter Konnektivität. Überprüfen Sie, ob für Ihr Gerät ein Software-Update verfügbar ist. Wenn verfügbar, aktualisieren Sie es. Haben Sie immer noch Probleme mit der Bluetooth-Verbindung? Ja, dann versuchen Sie, Ihr Samsung Galaxy J8 auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Samsung Galaxy J8 Überhitzungsprobleme Ihr Telefon heizt sich regelmäßig auf, aber es könnte der Akku oder etwas anderes sein. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Telefone heiß werden, wenn sie verwendet werden. Dies ist normalerweise ein Zeichen für eine intensive Verarbeitungsaktivität bei der Arbeit, zum Beispiel das Spielen von Spielen und das Streamen von Musik oder das gleichzeitige Ausführen mehrerer Apps. Hier sind die Schritte, um das Heizungsproblem loszuwerden. Lösung Schließen Sie die im Hintergrund laufenden Apps und prüfen Sie, ob dies Ihnen hilft, das Problem zu beheben. Führen Sie einen grundlegenden Neustart Ihres Samsung-Telefons durch und prüfen Sie, ob das Problem dadurch behoben wird. Schalten Sie WiFi, GPS, Bluetooth und andere Verbindungsoptionen aus, wenn Sie sie nicht verwenden. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und deaktivieren Sie die automatische Herrlichkeit. Wird dieses Problem durch das Aufladen Ihres Telefons über eine Powerbank verursacht? Wenn ja, dann ist dies der Hauptgrund. Häufig führt das Spielen von Spielen während des Ladevorgangs zu Überhitzungsproblemen. Die Umgebungstemperatur kann für die Überhitzung des Geräts verantwortlich sein. Starten Sie Ihr Samsung Galaxy J8 im abgesicherten Modus und prüfen Sie, ob dies hilft. Stellen Sie sicher, dass Ihre Telefonsoftware und Anwendungen auf dem neuesten Stand sind. Es kann zu Überhitzungsproblemen kommen, wenn Sie viele Apps auf Ihrem Telefon installiert haben. Deinstallieren Sie Apps und Spiele, die nicht verwendet werden. Geben Sie so viel internen Speicher wie möglich frei. Dies wird definitiv Ihr Telefonerlebnis insgesamt verbessern. Wenn Sie hochwertige Grafikspiele spielen, ist eine Erwärmung normal. Scannen Sie Ihr Telefon mit PC-Antivirus. Möglicherweise befindet sich auf Ihrem Telefon ein Virus, der das Heizproblem verursacht. Kameraprobleme auf dem Samsung Galaxy J8 Sehen Sie sich auf Ihrem Samsung Galaxy J8 Smartphone mit Bildern in schlechter Kameraqualität konfrontiert? Wenn ja, dann sind hier die bewährten Schritte, um dieses Problem zu beheben. Lösung Dieses Problem wird durch einen Fehler im Android-Betriebssystem verursacht. Um es zu beheben, müssen Sie auf ein offizielles Update des Herstellers Ihres Geräts warten. Haben Sie eine Kamera-App eines Drittanbieters installiert und stehen Sie vor diesem Problem? Ja, deinstallieren Sie es und verwenden Sie die offizielle Kamera-App. Wenn Sie das beste Ergebnis mit Ihrer Kamera erzielen möchten, verwenden Sie unbedingt die Bildstabilisierungsoption. Löschen Sie den Cache der Kamera-App und öffnen Sie die App. Überprüfen Sie, ob dies das Problem löst. Aktivieren Sie in der Kamera-App die HD-Option. Überprüfen und entfernen Sie alle zuvor auf dem Bildschirm Ihres Telefons angebrachten Glasschutzfolien. Wenn Sie dunklere Fotos erhalten, schalten Sie das Kameralicht ein. Änderungen an den Kameraeinstellungen können dieses Problem verursachen. Ändern Sie die Kameraeinstellungen auf die Standardeinstellungen und prüfen Sie, ob das Problem behoben ist. Entfernen Sie den Kamera-Filter von Ihrem Telefon, wenn Sie einen davon verwenden. Reinigen Sie das Kamera-Objektiv des Samsung Galaxy J8 und prüfen Sie, ob das Problem dadurch behoben wird. Es muss ein Hardware-Problem auf dem Samsung Galaxy J8 vorliegen, damit die Kamera nicht richtig funktioniert. Versuchen Sie folgendes, laden Sie Google-Camera für Samsung Galaxy J8 herunter. Samsung Galaxy J8 Akku schnell leer Es ist ein häufiges Problem, mit dem fast jeder Smartphone-Besitzer konfrontiert ist. Wenn der Akku Ihres Samsung Galaxy J8 schnell leer wird, versuchen Sie normalerweise die folgenden Schritte, um das Problem zu beheben. Lösung Deinstallieren Sie Apps zur Reinigung von Junk-Dateien wie Cleaner- und RAM-Booster-Apps. Diese Apps laufen im Hintergrund und entladen ständig den Akku. Deaktivieren Sie die automatische Herrlichkeit und verringern Sie die Herrlichkeit, wenn sie nicht benötigt wird. Gehen Sie zu Einstellungen Anzeige Bildschirm-Timeout Stellen Sie die minimale Bildschirmzeit auf 30 Sekunden ein. Auf diese Weise schaltet sich Ihr Telefonbildschirm automatisch aus, wenn Sie es nicht verwenden. Öffnen Sie das Benachrichtigungsmenü und schalten Sie den Energiesparmodus auf dem Samsung Galaxy J8 ein. Schalten Sie Bluetooth, GPS, Standort und so weiter aus, wenn Sie es nicht verwenden. Wenn bei eingeschalteten mobilen Daten ein Problem mit dem Batterieverbrauch auftritt, ist dies normal. Überprüfen Sie, ob dieses Problem auftritt, während Ihr Gerät im abgesicherten Modus läuft. Deaktivieren Sie Benachrichtigungen für unwichtige Apps Einer der Gründe könnte sein, dass Ihr Gerät von Malware betroffen ist. Reinigen Sie es mit Antiviren-Apps. Längeres Spielen oder Ansehen von Videos kann dieses Problem verursachen. Wenn Sie immer noch mit dem Problem der Batterieentladung auf Ihrem Samsung Galaxy J8 konfrontiert sind, besuchen Sie ein Samsung Service Center und lassen Sie die Batterie Ihres Telefons überprüfen. Samsung Galaxy J8 bleibt beim Startbildschirm hängen. Bleibt Ihr Samsung Galaxy J8 auf dem Samsung-Logo hängen und lässt sich nicht einschalten? Wenn ja, keine Sorge. Wir können Ihnen möglicherweise helfen, dieses Problem zu lösen und schnell wieder an die Arbeit zu gehen. Lösung Erzwingen Sie einen Neustart Ihres Samsung Galaxy J8, drücken und halten Sie die Lautstärketaste plus ein Aus-Taste, bis Ihr Gerät neu gestartet wird. Dies löscht normalerweise den Speicher und hilft dem Gerät, normal zu starten. Starten Sie Ihr Samsung Galaxy J8 im abgesicherten Modus neu. Schalten Sie dazu Ihr Telefon aus, wenn Sie es nicht ausschalten können. Lassen Sie den Akku des Telefons vollständig entladen, bis sich das Gerät ausschaltet. Drücken Sie die Einschalt-Taste. Sobald das Samsung-Logo auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie sofort die Leiser-Taste. Suchen Sie nach dem Neustart des Telefons im abgesicherten Modus nach dem Problem. Möglicherweise gibt es eine App, die ein Boot-Loop-Problem verursacht. Sie können die App deinstallieren und Ihr Telefon im normalen Modus neu starten. Wenn sich Ihr Gerät immer noch nicht einschalten lässt, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4. Starten Sie Ihr Samsung Galaxy J8 im Wiederherstellungsmodus. Sobald Sie Ihr Gerät im Wiederherstellungsmodus gestartet haben, müssen Sie als erstes die Cash-Partition löschen. Wenn das nicht hilft, setzen Sie Ihr Telefon zurück. Wenden Sie sich nach Ausführung der obigen Schritte an ein Samsung Service Center und lassen Sie Ihr Telefon reparieren. Wenn das Problem immer noch nicht behoben ist. Apps und Spiele stürzen auf dem Samsung Galaxy J8 immer wieder ab. Wenn Sie versuchen, eine App oder ein Spiel auf Ihrem Samsung Galaxy J8 zu öffnen, und es plötzlich abstürzt, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Dies ist ein häufiges Problem und kann leicht gelöst werden, indem Sie die folgenden Schritte befolgen. Lösung Ihre Apps und Spiele sind möglicherweise veraltet. Aktualisieren Sie alle Anwendungen auf die neueste Version. Löschen Sie den Cash der jeweiligen App, bei der Sie mit dem Absturzproblem konfrontiert sind. Gehen Sie zu Einstellungen Apps. Tippen Sie auf die drei Punkte. Tippen Sie auf App-Einstellungen zurücksetzen. Überprüfen Sie, ob das Problem behoben ist. SB Ersteht die Möglichkeit, dass das Problem durch einen Telefon-Virus verursacht wird. Überprüfen Sie, ob ein Software-Update für das Samsung Galaxy J8 verfügbar ist. Wenn verfügbar, aktualisieren Sie es. Starten Sie Ihr Telefon neu und prüfen Sie, ob das Problem dadurch behoben wird. Stellen Sie sicher, dass der Energiesparmodus auf Ihrem Samstag ist.